Wo findest du eine Meditationsanleitung? Wo lernst du, wie du meditierst? Brauchst du einen Kurs, um zu einer Meditation Anleitung zu bekommen? Geht es auch mit einem Buch oder gibt es auch Meditationsanleitungen, zum Beispiel in einem Video? Ja, das sind Fragen, die mir gestellt wurden im Kontext zu Fragen zur Meditation. Mein Name ist Sukadev von yoga-vidya.de und ich möchte zum Schluss dieses Kurzvortrages auch eine einfache Anleitung zum Meditieren geben. Grundsätzlich ist es am günstigsten, du meditierst in einer Gruppe, du lernst von einem Meditationskursleiter, wie man meditiert und mindestens die ersten Schritte sind erstmal gut, meditieren zu lernen unter einer Anleitung. Es gibt zum Beispiel die vielen Yoga-vidya-Zentren im deutschsprachigen Raum und dort gibt es typischerweise auch Meditationskurse oder es gibt auch sogenannte Satsangs, das heißt offene Meditation, wo du auch für das Meditieren eine Anleitung bekommst. Oder in den Yoga-vidya-ashrams und Seminarhäusern gibt es an jedem Wochenende ein Yoga-Meditation-Einführungs-Seminar und an jedem Sonntag beginnt eine Yoga-Ferienwoche und das gehört immer dazu, dass du auch meditierst. Es gibt immer morgens und abends Meditation und dafür bekommst du dann auch eine Anleitung. In den Ashrams haben wir typischerweise parallel eine stille und eine geführte Meditation, sodass du meditieren kannst mit Anleitung oder auch ohne Anleitung. Wenn es denn nicht möglich ist, in einem Kurs oder einem Wochenend-Seminar oder einer Yoga-Ferienwoche zu meditieren unter Anleitung, dann kannst du auch eine Anleitung dir selbst nehmen aus einem Buch. Es gibt viele gute Meditationsbücher. Ich empfehle zum Beispiel das große Yoga-vidya-Hatha-Yoga-Buch, wo nicht nur Yoga-Übungen beschrieben werden, sondern es auch eine sehr gute Anleitung für die Meditation gibt. Oder wir haben auch eine Meditations-CD, Meditation für Anfänger. Und natürlich, wir haben auch viele Online-Meditationsanleitungen. Wenn du gehst auf www.yoga-vidya.de-meditation, dort findest du verschiedenste Meditationsanleitungen, sowohl schriftlich, dass du sie lesen kannst, als auch als Video, als auch als Audio. Wir haben insgesamt inzwischen mehrere hundert Meditationsanleitungen im Internet. Wir haben auch einen zehnwöchigen Meditationskurs für Anfänger als Videokurs und MP3, vollständig kostenlos, sodass du gut meditieren kannst. Und wenn du mehr Variation für die Meditation brauchst, zum Beispiel auch als Fortgeschrittener, dann findest du das auch auf unseren Internetseiten. Okay, jetzt aber eine kleine Anleitung zum Meditieren. Eine ganz einfache Meditation auf den Atem mit dem Mantra Om. Sitze ganz ruhig und gerade. Ganz bequem, entweder auf einem Stuhl, kreuzbeinig oder kniend, oder auf einem Sessel. Sitze ganz gerade. Entspanne aber die Schultern, die Kiefergelenke und die Augen. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Atme drei bis vier Sekunden lang ein. Atme drei bis vier Sekunden lang aus. Beim Einatmen stelle dir vor, Licht und Energie strömt in dich hinein. Und beim Ausatmen entspannst du. Du kannst auch beim Einatmen wiederholen, Om Energie und Ausatmen, Om Entspannung. Om Energie, Om Entspannung. Om Energie, Om Entspannung. Jetzt lasse den Atem so fließen, wie er von selbst fließen will. Er wird jetzt typischerweise etwas sanfter und ruhiger. Und wiederhole nur noch Om beim Einatmen und beim Ausatmen. Und genieße die Stille, die kommt, während du den Atem beobachtest und geistig wiederholst, Om, Om, Om. Wenn du magst, kannst du jetzt diese Anleitung abstellen und weiter sanft wiederholen, Om, Om. Dann vertiefe wieder den Atem und du kannst innerlich sagen, ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag.